Vielen Dank für diese Einladung zur Volkshochschule Erding und für dieses interessante Experiment gleich zu anderen Volkshochschulen mit zu verschalten. Ich habe die gerne angenommen, weil es in der Tat meine Aufgabe ist, als Volkswirt mit dem Volk zu kommunizieren. Wenn man das Fach so versteht, wie ich das tue, wie es traditionell war, dann ist es eine Brückenfunktion, auch von der Lehrkanzel her in den öffentlichen Diskurs hineinzugehen und über Politikfragen halt zu reden. Green Deal ist mein Thema heute. Das ist ein Wort, was die EU gebraucht hat für ein riesiges, umfassendes Programm mit vielen Facetten bis hin zur Finanzmarktregulierung. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen im Detail, sondern ich möchte auf einige interessante, glaube ich, Aspekte der Klimapolitik eingehen, die wir in Deutschland betreiben und die auch die EU betreibt. Und eigentlich nur die Instrumentenfrage stellen, wie können wir denn am besten unser Ziel erreichen, den CO2-Ausstoß weltweit zu verringern. Es geht mir also nicht um eine Zieldiskussion und die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, den Klimawandel zu verlangsamen, ob er menschengemacht ist. Das ist ein tiefes Thema. Dazu nehme ich gar nicht Stellung. Ich möchte aber doch kurz jetzt Ihnen wenigstens ein paar Bilder zeigen, die überlegen, dass die Erde sich erwärmt. Warum sie sich erwärmt, da sagen die einen, das waren die Menschen, glaube ich auch. Andere sagen, das ist natürlich. Können wir da hingestellt sein lassen. Schauen Sie mal hier den Nordpol an. 1984, immer im September die Aufnahmen. 1994, 2004. Sie sehen, er wird kleiner, diese Eisfläche, die dort ist, 2014, 2019. Das Phänomen als solches ist ja nicht zu leugnen. Und die Vorstellung der meisten Länder der westlichen Welt, die sich auch im Pariser Klimaabkommen 2015 zusammengefunden haben, ist eben durch Einschränkung des CO2-Ausstoßes den menschlichen Beitrag zu diesem Prozess zu verringern. Dies sind meine Themen. Was konkret numerisch haben wir uns vorgenommen im Green Deal? Der Atomausstieg. Das sind ja jetzt genau zehn Jahre nach dem Unfall von Fukushima. Was ist eigentlich passiert in der Welt? Dann möchte ich auf die spezifisch deutsche Variante des Kampfes gegen den Klimawandel eingehen, nämlich die Verwendung eben von Wind- und Solarstrom. Dann auf das viel diskutierte Thema der Elektroautos, die ja nun also kommen werden, weil auch eine EU-Verordnung sie erzwingt. Dann den Blick lenken auf etwas, was in der öffentlichen Diskussion wenig vorkommt, aber für mich zentral ist. Das ist das Angebot der Brennstoffe. Denn wenn irgendwo CO2 rauskommt, muss ja ein fossiler Brennstoff verwertet worden sein. Und dann zum Schluss ein Aspekt, den ich das grüne Paradoxon nenne. Das ist auch der Titel eines Probes, das ich schon 2008 dazu geschrieben habe. Und dann komme ich zu den Maßnahmen, die ich für meine Begriffe für effizient halte. Das muss ja wirken. Wir können nicht einfach nur was tun, sondern was wir tun, muss wir... Ja, also zum Green Deal. Am besten kann man sich die Dimension dessen, was die Europäer und die Deutschen sich hier vorgenommen haben, in diesem Diagramm verdeutlichen. Das zeigt hier 100 Prozent. Das ist der CO2-Ausstoß des Jahres 1990. Und von dem wollen wir runter allmählich bis zum Jahre 2050 auf Null. Das ist die Vorstellung. Und ich zeige Ihnen jetzt, was passiert ist. Wir wollen also zum Beispiel hier das Zwischenziel 2020 erreichen, was im Kyoto-Abkommen festgelegt wurde. Oder Deutschland wollte um 40 Prozent runter. Und Sie sehen, die EU hat dieses Zwischenziel von 20 Prozent Rückgang bereits erreicht. Und Deutschland weiß man nicht genau, weil man die 2020er-Zahlen noch nicht hat. 2019 endet die Kurve da noch nicht ganz. Aber es könnte so sein, dass es wegen Corona zum Beispiel gerade noch gelungen ist, 2020. Dann bis 2030, das ist im Pariser Abkommen festgelegt, will die EU insgesamt um 40 Prozent runter. Und Deutschland hat sich bereit erklärt, selbst um 55 Prozent runter zu gehen. Während gleichzeitig 2022 alle restlichen Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen. Also schon auch eine ambitionierte Vorgabe. Und dann soll es in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten halt auf Null runtergehen, um 100 Prozent Reduktion. Jetzt hat man mit dem Green Deal allerdings im Herbst noch einen draufgelegt und hat gesagt, das Ziel von 40 Prozent Reduktion ist nicht ambitioniert genug. Wir wollen 55 Prozent Reduktion für die EU. Und was das jetzt für Deutschland heißt, ist nicht ganz klar. Einige vermuten, das wird darauf hinauslaufen, dass Deutschland sich erklärt, 70 Prozent zu reduzieren und dann anschließend von da dann auf Null. Also das ist der Vorgang. Was hier so in der Grafik einfach so darzustellen ist, ist natürlich eine gewaltige Umwälzung in der Industrie, die mit einer zunehmenden Energieknappheit verbunden ist, die uns zwingt, energiesparende Verfahren auch einzuführen, die alles Mögliche auf den Kopf stellt. Hier sehen Sie die derzeitige Struktur der Stromproduktion. Das konzentriert sich ja vieles auf den Strom, obwohl der Strom nur ein Fünftel des ganzen Primärenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland ist. Sie sehen, wir haben 44 Prozent noch Strom aus fossilen Quellen. Wir haben 11 Prozent heute noch aus Atomkraft mit den restlichen sechs Meilern, die noch da sind. Das war mal 17 vor der Abschaltung. Und dann haben wir hier Windstrom und Photovoltaik und Biomasse und so weiter. Das erklärt den Rest. Es gibt so manchmal ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Das sind die offiziellen Zahlen der AG-Energiebilanzen. Manchmal wird der Industriestrom der Firmen weggerechnet. Dann sind diese grünen Prozentsätze ein kleines bisschen höher. Aber das sind eigentlich die, glaube ich, die realistischen Zahlen. Wenn Sie mal schauen, Wind und Sonne zusammen machen hier ungefähr ein Drittel schon heute aus in der gesamten Stromproduktion. Und da darf man sich aber eben nicht täuschen, weil der Strom ja selbst nur ein Fünftel vom Ganzen ist, ist es nur sieben Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und der Weg zu 100 Prozent ist schwierig, nicht, von sieben Prozent. Aber schauen wir mal genauer auf den Strom. Interessant, Kohle und Atom ist auch ungefähr so groß mit 34,6 Prozent. Das ist also auch ungefähr ein Drittel, nicht? Was wir jetzt wollen, ist aus der Kohle raus und zwar bis 2040 und aus der Kernenergie raus und wollen das doch im Wesentlichen ersetzen durch Wind- und Sonnenstrom, weil mehr Staudämme und mehr Bioenergie kaum zu erzeugen sein werden. Wir müssen also, um diesen Ersatz zu machen, nochmal so viel Wind- und Solaranlagen installieren, wie wir heute schon haben. Aber damit ist es ja nicht getan, denn der Verkehr soll ja auch noch elektrisch sein und der gesamte Verkehr braucht mehr Energie als die gesamte Stromproduktion heute. Nun will man nicht vielleicht die LKWs elektrisch machen so schnell, das ist ein bisschen unklar. Aber wenn man das noch mit berücksichtigt und will also auch das mit Wind und Solar bewegen, dann muss man nicht eine Verdoppelung, sondern eine Vervierfachung oder Verfünffachung haben. Und dann sollen ja auch noch die Häuser, die ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs heute darstellen, mit elektrischer Energie versorgt werden. Die sind ja gar nicht in diesem Kuchen bislang drin, nicht? Und wenn man das rechnet, dann sind wir so bei einer Versiebenfachung, Verachtfachung der Wind- und Solarstromproduktion, die wir dafür dann gebrauchen würden, perspektivisch. Also nur mal, um die Größenordnung des Geschehens darzustellen. Ob das so gelingen wird, weiß ich nicht, weil ja der Widerstand auch gegen die Windanlagen sehr groß ist. Das versucht man jetzt mit bestimmten politischen Mitteln zu überwinden. Aber auf jeden Fall ist es nicht ganz klar, wie die Bevölkerung da reagiert. Was die deutsche Energiewende besonders schwierig macht, ist, dass man nun gleichzeitig aus der Kohle raus will und aus der Kernkraft. Joschka Fischer hat da mal gesagt, wenn die Grünen aus beidem raus wollten, hätten sie ein Problem. Jetzt wollen sie, das ist schon lange her, dass er das gesagt hat, und jetzt wollen wir tatsächlich aus beidem raus. Und das macht die Aufgabe eben sehr groß. Wie sieht das denn aus? Ist Deutschland hier der Vorreiter, wie häufig behauptet wird, bei dem Atomausstieg folgen jetzt alle anderen Länder? Was macht eigentlich Japan? Schauen wir uns mal die Statistik an. Das sind die Kernkraftwerke, die es heute gibt. Oben an der Spitze die USA, und dann kommt schon Frankreich und dann China. Und das sind die Neubauten, die hier geplant sind. Und wenn Sie mal schauen, ziemlich weit oben ist Japan. Japan hat also jetzt 33 Reaktoren wieder in Betrieb genommen, nachdem sie nach dem Unglück temporär abgestellt wurden und mit stärkeren Sicherheitsvorkehrungen versehen wurden. Und Deutschland steht hier noch mit sechs. Und diese sechs sollen ja im nächsten Jahr dann abgeschaltet sein. Japan, Deutschland. Auch andere Länder sind interessant. Belgien hat sieben oder Schweden hat sechs. Schweden ist ja nach Harrisburg eigentlich ausgestiegen. Harrisburg-Unfall war 1979, 1980 sind die Schweden ausgestiegen. Und formal haben sie den Beschluss gefasst, dass sie aussteigen. Sie sind aber nicht wirklich ausgestiegen, sondern als das Ende der Laufzeiten kam, haben sie das verlängert. Und dann haben sie schließlich 2016 einen alle Parteien umfassenden Beschluss gefasst, die Kernkraftwerke, die sie jetzt haben, weiterhin zu betreiben und zu reparieren und notfalls auch neu zu bauen. Also dort hat es den Ausstieg aus dem Ausstieg gegeben. Ja, dann gibt es Planungen. Sie sehen, China plant hier ganz besonders viele und Vorplanungen. In diesem Teil der Welt geht es also richtig nach oben und die Russen und die Amerikaner planen da ja auch so allerlei. Und die Inder und andere sind bei den Erweiterungen verhaltener. Ja, sind wir der Vorreiter? Also so richtig aussteigen tut eigentlich keiner. Gut, man kann sagen, die Italiener, aber die haben ja gar keins. Die steigen aus von nichts. Und die Österreicher haben auch noch nie eins im Betrieb gehabt. Die Schweizer haben das erklärt, dass die Kraftwerke 50 Jahre laufen. Das wäre dann in den 30er Jahren, wo das Letzte abgeschaltet wird. Aber das sind also noch keine, glaube ich, allzu festen Beschlüsse. Manchmal wird gesagt, Spanien hätte beschlossen auszusteigen. Also das ist, glaube ich, Wunschdenken. Da gibt es meines Wissens keinen formellen Beschluss. Einige Politiker sagen das, aber es ist weit entfernt von der Rechtsverbindlichkeit des allgemeinen Ausstiegs. Sodass man also sagen kann, hier ist Deutschland doch so ein bisschen der Geisterfahrer auf der Autobahn. Wenn Sie sich anschauen, wo die Atomkraftwerke hier alle liegen, dann fällt auf, die massieren sich im Westen von Deutschland. Und das bedeutet natürlich, dass wenn tatsächlich mal eine Havarie ist und der übliche Westwind weht, ist der Fallout in Deutschland. Das heißt, so richtig viel Sicherheit haben wir gar nicht gewonnen, wenn wir es den Franzosen, den Berlern und den anderen überlassen, an unserer Stelle den Atomstrom zu erzeugen. Es sei denn, wir glauben, die könnten das besser kontrollieren als wir. Bin ich aber nicht so ganz sicher. Apropos Sicherheit. Wie sicher ist denn das? Wo, es wird immer gesagt, die Kernkraft ist so unglaublich gefährlich. Es stimmt empirisch nicht. Es sind zwar dann punktuell bei den Unglücken auch viele Leute umgekommen, in Tschernobyl insbesondere, nicht so sehr in Fukushima. Die Toten waren wegen des Tsunamis und nicht wegen der Strahlenschäden. Da hat es praktisch kaum Fälle gegeben. Einer ist wirklich dokumentiert. Vielleicht gibt es noch ein paar Langzeitschäden. Das kann alles sein. Aber nach den bisher vorliegenden Statistiken, wenn man also die Zahl der Toten bei der Energieerzeugung in Relation zu der Energiemenge setzt, kommt man hier zu dem Ergebnis, dass Kohle ganz eindeutig an der Spitze ist. 10.000 Leute sterben in den Kraftwerken jedes Jahr und noch mal 100.000 oder so sterben an Lungenkrebs, weil sie dann die Stäube einatmen. Das ist Öl, das ist Erdgas, das ist Hydro. Und interessanterweise am Ende dieser Statistik steht tatsächlich der Atomstrom mit der geringsten Zahl an Toten. Da sind eben die Unglücke schon dabei, aber es ist eben sehr, sehr viel Energie, was da erzeugt wird. Windkraft, wieso kann jemand sterben? Naja, da fällt mal ab und zu jemand runter oder es passiert ein sonstiges Unglück oder vom Solardach kann man auch runterfallen. Diese Statistik sollten sich alle zu Herzen nehmen, wenn sie urteilen über das Geschehen. Lassen wir mich zum nächsten Thema kommen. Deutschland will jetzt also nicht Atom, sondern will Wind und Sonne benutzen, um Strom draus zu machen. Das Problem ist aber, Wind und Sonne sind sehr volatil, je nach Wetterverhältnissen. Mal scheint die Sonne und der Wind weht und dann ist viel da. Und mal ist da eine Dunkelflaute. Der Himmel ist verhangen, es kommt kein Licht durch und die Luft bewegt sich nicht. Dann gibt es hier auch keinen Strom. Hier sehen Sie mal als Beispiel aus einer früheren Studie, die ich dazu gemacht habe, aber das kam ja aus dem Jahr 2014, die stündlichen Einspeisungen von Wind und Sonnenstrom in das deutsche Netz, wie sie wirklich stattgefunden haben. Sie sehen, das ist extrem volatil. Ab und zu ist das Null. Das sind die Dunkelflauten. Und ab und zu schießen diese Spitzen da hoch. Und das Besondere ist, diese Energie kann man ja nicht regeln. Also man kann sie abregeln, aber man kann sie nicht aufregeln, so richtig, auf ein gewünschtes Niveau. Und hier, diese zweite Kurve ist der Verbrauch an Strom. Man nennt das auch die Last des Netzes. Die ist auch sehr schwankungsreich, volatil. Es geht rauf und runter, weil die Leute am Wochenende nicht so viel brauchen. Die Fabriken sind zu und wetterabhängig und aus sonstigen Gründen schwankt das hier rauf und runter, insbesondere auch im Jahreszyklus. Und die beiden Dinge muss man im Blick haben, wenn man wissen will, was hier passiert. Denn zwischen der gelben und der weißen Kurve, der Unterschied, wie wird denn der ausgeglichen? Der wird ausgeglichen durch sogenannte Backup-Kraftwerke. Das sind konventionelle Kraftwerke. Die müssen eben gemanagt werden, die müssen angemacht werden, ausgemacht werden, angemacht und so weiter, hochgefahren, runtergefahren, dass die Lücke geschlossen wird. Und wäre das funktioniert nicht, dann gibt es ja ein Problem, dass wir nicht genug Strom haben. Also die konventionellen Kraftwerke müssen im Grunde dauerhaft eine Kapazität haben, wenn wir jetzt den Wind- und Sonnenstrom haben, die auch für die Dunkelflauten reicht. Wir können keines dieser Kraftwerke abstellen wegen des Green Deals oder wegen der Transformation der Wirtschaft. Das geht nicht. Wir können sie vielleicht umwandeln von Kohle in Gas. Also innerhalb der Klasse der konventionellen können wir Kraftwerke nehmen, die weniger CO2 haben. Aber die Kapazität als solche muss da sein. Und auch die Mannschaft in diesen Kraftwerken muss vorhanden sein, sodass, wenn es nötig ist, der Strom sofort erzeugt werden kann, um also hier diese vielen Dunkelflauten auszugleichen. Die Fixkosten, die laufenden Kosten, können wir nicht einsparen. Wir können natürlich dann, wenn Wind und Sonne da sind, die Kohle einsparen in dem Moment schon. Aber die Kosten der Anlage, die die Hauptkosten sind, bleiben. Und so machen wir das. Man könnte theoretisch darüber nachdenken, diese Pufferung auch anders vorzunehmen und die konventionellen glatt laufen zu lassen und alles durch Speicher, Batterien oder Pumpspeicher auszugleichen. Aber das geht gar nicht. Da würde man 11 Terawattstunden brauchen. Das ist eine irrsinnige Zahl an Bestand, an gespeicherter Energie für die Pumpspeicherwerke. Dann bräuchten wir 10.400 Pumpspeicherwerken von der deutschen Art. Wir haben 38. Also das geht nicht wirklich. Deswegen machen wir das mit den Backup-Kraftwerken. Das heißt, es muss jedem klar sein, Wind und Sonne verlangt zwingend, und zwingend konventionelle Kraftwerke als Komplemente. Wind, Sonne hoch, die gehen runter und gegenläufig. Sonst funktioniert das nicht mit der Wind- und Sonnenkraft. Denn nur die konventionellen kann man regeln. Und Wind und Sonne kann man nicht regeln. Auch Rechnungen, die da gemacht werden, Kilowattstunden einfach zu addieren, ist irgendwie nicht ganz korrekt, weil ja der Zeitpunkt der Verfügbarkeit der Energie eine Rolle spielt. Ich brauche die Energie des Nachts nicht, wenn ich schlafe. Dann muss sie aber trotzdem ins Netz eingespeist werden, aus rechtlichen Gründen, weil es das Einspeiseprivileg gibt. Wenn wir dann also zweierlei Strukturen brauchen, wir haben grüne Strukturen, Wind- und Solarkraftwerke, die kosten Geld, und wir haben zwingend die konventionellen, dann haben wir eben auch zwingend doppelte Fixkosten für die Anlagen. Und kein Wunder, in Europa sind wir an der Spitze mit unseren Stromkosten. Wir haben also sogar höhere Stromkosten als Dänemark, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und wir sind, glaube ich, auch in der gesamten westlichen Welt, in der gesamten Welt der Industrieländer, der OECD-Länder, das Land mit den höchsten Stromkosten. Und das geht zu Lasten des Lebensstandards und es geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Aber es hat den Vorteil, dass wir eben weniger CO2 ausstoßen, weil wir ja nun auch die grünen Anlagen haben. Es bleibt allerdings nicht dabei, diese Doppelstrukturen, die man zwingend braucht, also konventionelle und grüne zusammen, weil Grüne alleine nicht gehen, reicht so lange aus, wie man nur wenig grünen Strom hat. Wenn man den Marktanteil des Wind- und Sonnenstroms jetzt vergrößern will, dann multiplizieren sich diese Spitzen und schießt auch über den Verbrauch gelegentlich hinaus. Und dann ist die Frage, was macht man denn dann? Man kann ja nicht die konventionellen Kraftwerke wieder negativ laufen lassen. Die machen ja nicht aus Strom dann Kohle. Das geht ja nicht. Sondern dann muss man sich überlegen, was man tut. Dann muss man entweder diese überschießenden Stromspitzen auffangen in Speichern. Dann kommt doch das Speicherproblem hinein, was wir bislang vermieden haben. Oder man muss sie wegwerfen, indem man die Windflügel abstellt. Häufig sehen Sie ja Anlagen, die sich gar nicht bewegen. Dann verzichtet man auf die Möglichkeit, kostenlos hier Strom zu erzeugen. Stellen Sie sich mal diese Kurve, diese weiße Kurve noch mal vor. Sie sehen, die Spitzen kommen schon in die Nähe der Verbrauchskurven. Aber wenn wir das verdoppeln, nur mal als Gedankenexperiment, dann sind wir bei einem Marktanteil von Wind und Sonne, der ungefähr dem heutigen Wert entspricht. Dann sehen Sie schon manchmal überschießende Spitzen. Hier, 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 überall. Und je größer wir jetzt den Wind- und Sonnenanteil machen, desto stärker schieben wir diese ganzen, diese weißen Kurven da nach oben, ohne dass die Nullwerte als solche verändert werden. Die stoßen immer noch bei Null unten an. Und wir haben überschießende Stromspitzen. Und diese überschießenden Stromspitzen führen zu einem Problem, weil man nicht weiß, wohin damit. Sie führen dazu, dass Deutschland andere Länder bittet, den Strom abzunehmen. den man selbst nicht verbrauchen kann. Die wollen den aber nicht in ihrem Netz, weil sie sowieso dann schon genug haben. Und dann muss man sie dafür bezahlen. Wir hatten im Jahr 2020 308 Stunden mit negativen Strompreisen. Und die Kurve dieser Zahl der Stunden, die da negative Strompreise haben, steigt von Jahr zu Jahr. Weil eben die grünen Anlagen, diese weiße Kurve, immer weiter ausgebaut werden. Also wir brauchen insofern im Grunde langfristig, wenn wir auf mehr Wind und Sonne hinaus wollen, eine Dreifachstruktur in der Energieversorgung. Einmal die Anlagen für Wind- und Solarstrom. Zweitens zwingend die konventionellen Anlagen als Lückenbüßer. Die Kosten dieser konventionellen Anlagen sind Kosten des Wind- und Solarstroms, weil sie nicht substituierbar sind. Und dann haben wir auch noch Kosten für Speicher, um die überschießenden Spitzen irgendwie sinnvoll zu nutzen. Nach einem großen EU-Projekt, dem EU-E-Storage-Projekt von 2018, sollen Pumpspeicherwerke die Lösung sein. Man hat dann also studiert, Geologen studieren lassen in den europäischen Ländern, wie viele Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Pumpspeicherwerke zu bauen. Und man kommt auf 2,6 Terawattstunden oder 1,6 letztlich auf einem Verbund, der von den Alpen bis nach Norwegen reicht. Also so eine Nord-Süd-Achse. Nur mal als Größenordnung. Aber das ist Zukunftsmusik. Wenn wir die Speicherung nicht haben, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als die überschießenden Stromspitzen zu verklappen oder eben nicht zu erzeugen. Und das bedeutet, dass bei wachsendem Marktanteil der Prozentsatz des nutzbaren grünen Stroms immer kleiner wird. Und das wird durch diese Kurve hier gezeigt. Die ist exakt berechnet auf der Basis der empirischen Daten des Basisjahres 2014. Naja, 2015 ist dann wieder eine etwas andere Kurve. Aber im Prinzip sieht das so aus. Und Sie sehen, dass wenn wir hier in der Horizontalen den Marktanteil gegen 100% gehen lassen, ist der Anteil der überschießenden Stromspitzen zum Schluss auch 100%. Wir müssen allerdings nicht ganz dahin gehen, denn wir haben ja auch noch andere grüne Energie, Bioenergie und Wasserkraftwerke, die also eine regelbare Energie liefern. Das sind ungefähr 11%. Und wenn wir die mal nehmen, müssten wir eigentlich nur mit Wind und Sonne auf 89% kommen, um alles grün zu machen. Aber dann hätten wir schon hier nur noch einen Wirkungsgrad um die 40%, konkret 39%. Und der sogenannte marginale Wirkungsgrad, wenn man also jetzt von 88% auf 89% Wind- und Sonnenstrom will, ist nur noch 6%. Nun gibt es das Speicherthema. Wenn man Speicher hat, kann man das, was hier an Effizienzverlust verzeichnet wird in dieser Kurve, schon verwerten und kann es zu einem anderen Zeitpunkt in das Netz einspeisen. Aber das Speichervolumen wäre groß. Wenn man jetzt ohne die Nutzung internationaler Verbundvorteile hier hin wollte, bräuchte man 16,3 Terawattstunden. Das ist ungefähr 15.000 Pumpspeicherwerke von der deutschen Art. Und nach der EU-Storage-Studie kann man in Deutschland gar keine mehr bauen. Was man da bauen kann, kann man im Wesentlichen in Norwegen bauen. Da kommt das Potenzial her. Wenn man jetzt aber Folgendes macht, macht man einen Verbund zum Spitzenausgleich von den Alpenländern über Dänemark bis nach Norwegen und nutzte auch die norwegischen Talsperren als Puffer, dann braucht man nicht so viel. Aber mit den 1,6 Terawattstunden, die da geologisch möglich sind, nach der EU-Studie, würde man dann, wenn man keine überschießenden Spitzen wegwerfen wollte, gerade mal so auf etwa 50 Prozent Marktanteil für Wind- und Sonnenstrom gehen. Die Protagonisten dieses Weges sagen, naja, wir können höher gehen, wenn wir dann verklappen. Also wenn wir ein Curtailing, so heißt es auf Englisch machen, dass wir also einen Teil der Stromspitzen gar nicht verwerten. Das ist richtig, diese Aussage, aber es führt dann eben zu Effizienzverlusten. Ja, kann man denn nicht das mit Batterien machen? Die Batterien sind doch jetzt so leistungsfähig. Da fahren ja sogar die Autos da mit. Sorry, ist ein tiefes Thema, aber die Speicherfähigkeit dieser Batterien ist im Vergleich zu dem, was sie kosten, klitzeklein. Also da darf ich Sie nur verweisen auf eine Studie der Leopoldina, der ACATEG und der Union, der Akademien der Wissenschaften zum Thema Sektorkopplung. Und ich zitiere hier die Zusammenfassung zum Thema Batterien. Es ist völlig unrealistisch und selbst bei stark sinkenden Kosten für Batteriespeicher nicht bezahlbar, so große Mengen Kurzzeitspeicher zu installieren, dass auch längere Phasen einer hohen Stromproduktion aus Sonne und Wind gespeichert werden können. Nicht? Man kann kurzfristig, was innerhalb eines Tages, einer Woche ist an Fluktuationen, das kann man durch die Batterien ausgleichen, aber hier geht es um saisonale Speichervorgänge. Diese Speicher wären voll im September und leer im März. Man muss also über ein halbes Jahr speichern. Und man kann das auch nicht mit Nachfrageverschiebungen ausgleichen über so lange Zeiträume. Das ist das wirkliche große Thema. Nicht diese kurzfristigen Schwankungen, die langfristigen saisonalen Schwankungen. Und dafür braucht man irrsinnige Speicherkapazitäten und hat sie so ohne weiteres nicht. Es gibt aber eine Technologie, die geht und das ist die Wasserstofftechnologie. Das heißt, das ist die einzige realistische Möglichkeit. Man macht aus dem überschüssigen Strom Wasserstoff mit der Elektrolyse und den kann man speichern. Und der lässt sich auch, da ist die Speicherkapazität leicht darstellbar, weil die Energiedichte so unglaublich hoch ist. Und dann kann man also anschließend noch Flüssigbrennstoffe daraus erzeugen, indem man CO2 beigibt. Allerdings ist der Wirkungsgrad dann sehr niedrig. Die Schleife vom Strom über den Wasserstoff hin zurück zum Strom im Elektromotor heißt, dass man nur noch ein Viertel der Energie übrig hat, wenn man zurückgeht, während das bei der Batterie knapp 70 Prozent ist. Und wenn man dann über einen Flüssigbrennstoff gehen will, dann sind also nur noch 16 Prozent übrig. Gut, wenn die Eingangsenergie vielleicht aus der Sahara kommt und nichts kostet, dann spielt das alles keine Rolle. Aber so weit sind wir auch noch lange nicht. Es sind riesige Aufgaben. Lassen Sie mich von den Elektrobatterien jetzt mal schnell zum Thema Elektroautos gehen. Da setzen wir Deutschen ja doch die Hoffnung drauf. Einige sagen, das ist der Markttrend. Nicht so ganz. Das ist nicht der Markt, sondern das sind alles politische Vorgaben, die hier die Anbieter zwingen, diese Elektroautos zur Verfügung zu stellen. Denn es gibt die CO2-Verordnung. Ich meine, keine Frage, Elektroautos sind schön zu fahren. Sie sind auch nützlich für die Innenstädte, weil sie die Stäubel nicht bringen. Aber es ist nicht die Entscheidung der Verbraucher, zu den Elektroautos zu gehen, sondern der Politik. Hier sehen Sie, was die Politik vorgegeben hat. Und zwar die EU durch entsprechende Verordnungen. Wie viel Gramm CO2 pro Kilometer ein Auto der Flotte eines Herstellers ausstoßen darf. Das waren 2015 135. Entspricht 5 Liter Diesel-Äquivalente. Jetzt, 2021, sind es nur noch 3,5 Liter Diesel-Äquivalente. Da tut man sich schon schwer, das zu erreichen. 2030 sollen es nur noch 2,2 Liter Diesel-Äquivalente sein. Also, das ist sehr ambitioniert. Man kann sich das nicht vorstellen, ein sicheres Auto von der heutigen Art zu bauen, das mit 2,2 Litern Diesel-Äquivalenten pro 100 Kilometer fahren kann. Schauen Sie mal, was Ihre eigenen Autos verbrauchen. Also, das ist kaum darstellbar. Das soll aber auch dadurch geschehen, dass Elektroautos in die Flotte eingebaut werden. Und die werden mit Null angesetzt. Und wenn ich also jetzt 2 Drittel Elektroautos habe und 1 Drittel konventionelle, die 6,6 Liter verbrauchen, dann komme ich im Schnitt auf 2,2 Liter. Aber mit dem Green Deal vom Herbst letzten Jahres soll ja jetzt noch einer draufgesetzt werden. Das ist die Verordnung von 2018, in dem dieser Wert nochmal reduziert wird auf 1,8 Liter Diesel-Äquivalente. Also konkret eine Reduktion des CO2-Ausstoßes auf 47,5 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist noch ambitionierter. Also, echte Autos kann man nicht so bauen. Das geht immer nur mit den E-Autos, die mit Null angesetzt werden. Aber ist es denn eigentlich richtig, E-Autos mit Null anzusetzen? Denn die brauchen ja Strom. Und der Strom kommt ja nun derzeit noch überall in Europa, auch aus Kohlekraftwerken. Wenigsten in Frankreich, am stärksten in Polen. Und Deutschland ist so dazwischen. Also vorläufig sind die E-Autos ja nicht CO2-frei, sondern verbrauchen eine Menge CO2, also stoßen eine Menge CO2 aus, weil sie auch über die Stromproduktion fossile Brennstoffe verbrauchen. Und auch die Batterie, die aus China meistens kommt, wird sehr, sehr CO2-intensiv hergestellt. Da ist also ein Heft, ein großer CO2-Rucksack, den das Auto schon vom Start mitschleppt und der sich erst amortisiert über die vielen Kilometer, die es dann laufen soll. Es gibt hier eine interessante Studie von Joanneum Research aus Graz im Auftrag des ADAC und des österreichischen Automobilclubs. Darüber möchte ich Sie kurz mal informieren. Man hat hier zwei Autos der Golfklasse verglichen und auch wirklich getestet, ein E-Golf und ein Diesel-Golf und hat sie zeitgleich laufen lassen. Die Kilometer. 50.000 Kilometer, 100.000 Kilometer, 150.000 Kilometer, 200.000 Kilometer. Sie sehen das. Das ist die Achse unten, die Einheit. Beim Start, da oben stehen die Tonnen CO2, die diese Autos ausgestoßen haben, wenn sie eine bestimmte Laufzeit hinter sich gebracht haben. Ja, und hier vielleicht noch mal ein paar Kennziffern, bevor ich Ihnen zeige, wie die Kurven laufen. Also man weiß nicht genau, wie lange so eine Batterie hält. Eine Studie sagt hier gerade mal 119.000 Kilometer. Ich selbst habe da auch mal mit Professor Buchal aus Jülich und Herrn Kahl eine Studie gemacht. Da nehmen wir 150.000 Kilometer an. Auch der ADAC, also Journalism Research, nimmt das an. Die durchschnittliche Lebensdauer eines PKW in Deutschland liegt bei 179.000 Kilometer, nur mal als Orientierung. VW hat eine Studie gemacht dazu und sie haben eine Laufleistung von 200.000 Kilometern untersucht und kommen zu dem Schluss, dass über diese 200.000 Kilometer tatsächlich beim deutschen Energiemix, das war vor zwei Jahren, als sie rauskamen, der E-Golf noch einen Tacken mehr CO2 ausstößt als der Dieselgolf. Haben sie kommunikativ nicht so in den Mittelpunkt gestellt, weil ihnen das nicht in die Konzernstrategie passte. Und haben stattdessen lieber in der Presseerklärung den europäischen Deal genommen, wo der französische Atomstrom vorbei ist und sah das besser aus. Aber die Tabellen, die sie veröffentlicht haben, zeigen das sehr wohl, dass hier der E-Golf bei ihrer eigenen Studie noch etwas CO2-schmutziger ist. Und jetzt haben wir hier 225.000. Und bis dahin ist also diese Vergleichsstudie hier von Johann Neum Research für die Automobilclubs gemacht worden. So, jetzt gucken wir uns die Kurven an. Wenn der Diesel auf die Straße gestellt wird, hat er schon diesen CO2-Rucksack, weil in der Herstellung des Autos auch eine Menge Energie verbraucht wurde. Das E-Auto hat diesen CO2-Rucksack, der ist sehr viel höher, weil die Batterie so CO2-schmutzig erzeugt wird. Das kann man ja ändern. Ich rede über die Gegenwart, nicht über die glorreiche Zukunft, wo alles CO2-frei ist. Darüber kann man debattieren. Diese Studie ist über hier und jetzt. So, wenn man sie bis zu der hier von Kempta, Vallee und anderen vermuteten Lebensdauer der Batterie laufen lässt, ist das E-Auto noch deutlich schlechter als der Diesel. Wenn man es laufen lässt, bis zu einer Lebensdauer der Batterie von 150.000, dann ist das E-Auto immer noch schlechter, weil es mehr CO2-Ausstoß hat. Wenn man bis zur durchschnittlichen Lebensdauer geht, ist es immer noch schlechter. Dann bei dem Niveau der VW-Studie, die 200.000 Laufzeit angenommen hat, ist immer noch ein Tacken schlechter. Das entspricht genau den Werten von VW selber, die VW veröffentlicht hat. Und beim Berechnungsende haben sich die Kurven gekreuzt. Und zwar hier bei 219.000 Kilometer. Mit anderen Worten, diese beiden Autos müssen mindestens 219.000 Kilometer fahren, bis das E-Auto seinen Nachteil aus dem schweren CO2-Rucksack über die Kilometer hinreichend verwässert hat, um mit dem Diesel hier gleichziehen zu können. Aber bedenken Sie, die Laufzeit ist ja nur 179.000. Also das betrifft dann Autos, die überdurchschnittlich lange leben. Nicht Autos, wie sie heute im Verkehr sind. Ja, und dann kann man auch den Benziner hier vergleichen. Der Benziner ist überall schlechter als der Diesel beim CO2-Ausstoß. Und da ist der Schnittpunkt mit der E-Auto-Kurve schon 128.000. Das heißt, wenn das E-Auto und der Benziner, wenn die mehr als 128.000 Kilometer laufen, ist das E-Auto tatsächlich günstiger beim CO2-Ausstoß. Wie auch immer die Rechnungen im Detail sind, darüber kann man lange resonieren und streiten. Fest steht aber, die E-Auto-Stoßen eben auch CO2 aus. Und dass der CO2-Ausstoß null ist, wie die EU-Kommission behauptet, mit ihren Formelvorgaben in der Verordnung, das ist einfach nicht wahr. Das ist im Grunde eine Mogelpackung. Und ich glaube, eine Mogelpackung, die auf ähnlicher Ebene liegt, wie die Abschaltvorrichtungen von VW. Lassen Sie mich zum nächsten Thema kommen. Das Angebot der Brennstoffe. Was wir hier in Deutschland machen, ist, wir packen unsere Häuser in Watte. Wir fahren die E-Autos. Wir versuchen, die roten Lichter bei unseren Verbrauchsgeräten auszuschalten. Wir versuchen, Strom zu sparen. Stromsparen ist irgendwie ein Volkssport geworden, weil wir die Welt retten wollen vor dem Klimawandel. Aber irgendwie haben wir die Rechnung noch ohne den Wirt gemacht. Denn was ist eigentlich mit dem Angebot? Auf einem Markt spielt doch das Angebot auch eine Rolle. Also da sind die Ölscheichs, da sind die Kohlebarone, da sind Putins Gasoligarchen. Was machen die eigentlich? Wenn es denen gelingt, trotz unserer deutschen und europäischen Einschränkungen beim Verbrauch fossiler Brennstoffe noch genauso viele Brennstoffe zu verkaufen wie vorher auch, dann müssen diese Brennstoffe zwingend anderswo hinfließen. Es hängt also viel von der Reaktion ab. Jetzt unterstellen wir mal für einen Moment, dass die gar nicht reagieren. Ich komme gleich zur Diskussion dieser Annahme. Sondern die holen pro Periode raus aus der Erde, was immer sie sich gedacht haben. Und welche Wirkungen hat dann die europäische Politik? Viele denken ja, das spielt keine Rolle. Wenn wir was tun, dann ist das wenigstens ein gewisser Beitrag zu dem Gesamtprojekt Klimawandel bekämpfen, weil sich das addiert. Deutschland hat zwei Prozent des Welt-CO2-Ausstoßes. Und wenn wir den reduzieren, sind die schon mal weg. Gut, wir sind ein kleines Land, aber es ist ein kleiner Beitrag. Das ist das, was wir leisten können. Wenn die anderen es dann auch machen, dann ist es ja gut. Und dazu haben sie sich ja verpflichtet im Pariser Abkommen, oder? Wenn Sie mal genau schauen, das Pariser Abkommen ist von 200 Ländern unterschrieben worden und nur 30 haben sich zu quantitativen Mengenbeschränkungen beim CO2-Ausstoß verpflichtet. Die anderen 170 haben unterschrieben, weil die 30 da sich verpflichtet haben und fanden das ganz schön. Das sind nur blumige Worte. Und auch wichtige Länder haben sich jetzt nicht hart verpflichtet. Also die Chinesen haben sich nicht verpflichtet. Es gab zwar vor kurzem eine Stellungnahme, dass man bis 2060 auch aus der fossilen Energie raus will, aber bis 2030 wurde gleichzeitig gesagt, will man nochmal hoch. Und was nach 2030 ist, wird man sehen. Es ist jedenfalls keine völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung, die die Chinesen hier eingegangen sind und viele andere auch nicht. Zum Glück wollen die Amerikaner ja jetzt mitmachen. Die gehören eben auch zu den 30, die also gewisse Mengenziele da eigentlich akzeptiert hatten. Trump hat es gekündigt. Biden hat den Wiedereinstieg in das Abkommen verkündet. Das ist mal schön. Aber der asiatische Raum macht eben hier überhaupt nicht mit. Indien macht nicht mit. China macht nicht mit. Die anderen großen Länder da in Asien machen auch nicht mit. Japan macht mit, ja. Also es ist ein tiefes Thema. Viele denken, das ist mit dem CO2 so wie mit dem Umweltschmutz. Wenn ich Papier auf die Straße werfe, das ärgert uns. Und ordentliche Leute tun das nicht. Ich weiß, die anderen machen das, werfen ihr Papier da raus. Ich tue es trotzdem nicht. Und das ist wenigstens ein kleiner Beitrag. Ich werfe mein Papier in den Papierkorb. Und so muss ich das auch bei der Umweltpolitik machen. Das gehört sich so. Gut und schön. Die Analogie stimmt aber nicht. Denn es gibt beim Öl keinen Papierkorb, wo ich dann das CO2 hinlegen kann. Also gut, es gibt die Sequestrierung, wird aber derweil noch nicht gemacht. Im Wesentlichen gibt es hier keinen Papierkorb. Und das bedeutet eben, dass das Öl, was wir Europäer jetzt nicht mehr auf den Weltmärkten kaufen, zu fallenden Weltmarktpreisen anderswohin geliefert wird. Wir kaufen nicht. Dadurch fällt der Weltmarktpreis. Unser Preis steigt natürlich durch unsere Abgaben und so weiter. Der Weltmarktpreis fällt. Und zu fallendem Weltmarktpreis freuen sich die Chinesen, dass sie das Öl billiger kriegen und können also dann ihren Import auch ausdehnen, was sie massiv gemacht haben in den letzten Jahren. Ich darf Ihnen das noch mal darstellen. Das ist das einzige bisschen Formales, was ich hier bringe. Aber es ist ja eine Volkshochschule. Deswegen sei das vielleicht erlaubt. In diesem Diagramm gibt es zwei Senkrechten und einen Abstand zwischen ihnen. Der Abstand sei zu einer bestimmten Periode, einer bestimmten Dekade in der Zukunft, sagen wir mal in der jetzt beginnenden Dekade, das weltweite Angebot an Öl, welches aus der Erde herausgeholt wird. In der senkrechten steht der Preis, der Weltmarktpreis des Öls. Und von links nach rechts trage ich die Nachfrage der grünen Länder ab, also der 30, die sich hier verpflichtet haben, überhaupt was zu tun. Und hier die Nachfrage der anderen, die sich nicht wirklich verpflichtet haben. Unterscheide ich mal die Welt in diese zwei Typen von Ländern. Und eine Nachfragekurve ist das Handwerkszeug der Ökonomen. Also wenn der Preis niedriger ist, fragt man mehr nach. Braucht sich größere Autos, fährt längere Strecken und ist nicht so sparsam. Deswegen fällt diese Kurve. Kleiner Preis macht eine große Menge, die man nachfragt von links nach rechts. Und bei den anderen Ländern ist das genauso. Die trage ich aber von rechts nach links ab, sodass die Summe genau diesem Angebot der erdölfördernden Länder entspricht. Und im Schnittpunkt dieser beiden Kurven muss sich der Weltmarktpreis bilden. Wenn es nicht der Fall wäre, wenn der höher wäre, dann wäre die Summe der Nachfragen kleiner als das Angebot. Dann fällt der Preis. Und wenn der Preis niedriger ist, dann wäre die Summe der Nachfragen größer als das Angebot. Und dann steigt der Preis, weil die Käufer sich überbieten. Also die ökonomische Theorie sagt, hier im Schnittpunkt der Kurven ergibt sich der Weltmarktpreis. Und die Aufteilung der Ölextraktion auf die beiden Regionen der Welt, die ich hier unterschieden habe. Jetzt machen die grünen Länder grüne Politik und sagen, nee, so viel erlauben wir nicht. Wir setzen da Steuern drauf oder wir begrenzen die Menge an fossilen Brennstoffen, also Öl. Und schieben praktisch da so einen senkrechten Ast in diese Kurve rein. Mehr als von links bis zu dieser senkrechten darf nicht in den grünen Ländern verbraucht werden. Punkt, aus, Ende. Und das bedeutet, dass dann das Angebot sich den anderen Ländern der Welt anbiedert und der Weltmarktpreis fällt von P-Stern auf P-Doppelstern. Und das wiederum, das ist hier der neue Weltmarktpreis, das wiederum bedeutet, dass im Umfang dieses braunen, orangefarbenen Pfeils Mengen ausgeweitet werden bei den Ländern, die rechts dargestellt werden und von rechts nach links gemessen werden. Also die nicht konformen Länder, die freuen sich über den fallenden Weltmarktpreis und kaufen genau die Mengen, die die anderen freigeben. Und dann ist eigentlich nichts erreicht für das Klimaproblem, denn Öl, das verbrannt wird, wird zu einer gewissen Proportion CO2. Da kann man gar nicht technisch dran ändern. Und die Menge an CO2 ist dieselbe wie vorher. Aber jetzt könnte man sagen, naja, also die Hypothese, dass das Angebot unabhängig vom Preis ist, die stimmt ja nicht. Wenn der Preis fällt, dann wird ja auch das Angebot zurückgehen. Das ist doch das Normalste auf den Märkten. Ja, das ist bei Märkten mit reproduzierbaren Gütern so. Aber hier geht es ja um Bestandsmärkte. Das Öl ist ja im Grunde schon da. Es liegt ja schon in der Erde. Da entstehen kaum irgendwelche Kosten, um es rauszuholen. Und wenn die Ölsteichs das nie rausholen, haben sie ja nie was davon. Also auch zu fallenden Preisen wollen sie wahrscheinlich was rausholen. Die Analogien sind nicht so klar. Es ist nicht klar, dass bei fallenden Preisen die Ölsteichs weniger rausholen. Schauen wir uns das mal empirisch an. Hier sehen Sie die Kurve des Ölpreises auf der Welt die letzten 30 Jahre. Ein, auf und runter, auf und ab, weil eben die Nachfrage variiert. Und die Ölproduktion, das ist diese gelbe Kurve. Sie sehen, da gibt es auch Zacken, aber die sind ja vernachlässigbar. Es ist ja fast eine glatte Kurve. Beides ist so normiert, dass der Durchschnitt gerade 100 ist links, sodass man das vergleichen kann. Sie sehen also die prozentualen Ausschläge des Ölpreises sind gigantisch und die Ausschläge der Ölproduktion sind gar nicht da. Mit anderen Worten, obwohl es gewaltige Nachfrageschwankungen in Teilen der Welt gab, die zu Preissteigerungen und Preissenkungen führten, haben die Ölsteichs das einfach weggesteckt und kalt lächelnd genau die Mengen extrahiert, die sie sowieso sich vorgenommen haben. Was zwingend impliziert, zwingend, dass das, was die sparsamen Länder, wie Europäer zum Beispiel, freigegeben haben an Öl, von anderen Ländern verbraucht worden ist. Dieser Schluss ist eine Logik, der kann man gar nicht ausweichen, denn wo könnte das Öl sonst geblieben sein? In irgendwelchen Tanks, aber die Tanks sind minimal in der Lagerkapazität im Verhältnis zu den Summen, um die es hier geht. Nein, es gibt keine Alternative zu diesem Schluss. Also unilaterale Nachfrageeinschränkungen nach Öl auf dem Weltmarkt durch grüne lokale Maßnahmen führen nur zur Verlagerung der Ölmengen zu anderen Verbrauchern hin und damit zu einer Verlagerung der Standorte der CO2-Produktion oder des CO2-Ausstoßes in der Welt. Und für das Klima ist da leider nichts gewonnen. Etwas anderes wäre es, wenn alle Länder gleichzeitig ihre Nachfrage reduzieren. Ich meine, dann bleibt den Ölsteichs ja nichts anderes übrig, als weniger zu produzieren. Und da haben wir in dieser Zeitspanne normalerweise das gar nicht gehabt. Aber jetzt, Corona ist das große Experiment, wenn Sie mal schauen, am Ende dieser Kurve sehen Sie tatsächlich erstmalig einen Einbruch der Ölproduktion. Und das ist, weil alle Länder zusammen von Corona betroffen waren und die Nachfrage zurückging. Das ist eine Maßnahme, ein Experiment der Natur, das uns gezeigt hat, dass dann die Ölscheichs mit einer Produktionseinbuße reagieren. Aber nicht, wenn Teile der Welt, Europa zum Beispiel, jetzt mit dem Green Deal die Elektroautos einführt und weniger Erdöl verbraucht. Das wird nicht funktionieren. Und es gibt eine, wenn das so ist, gibt es eine interessante Implikation. Nämlich, wenn wir von den Verbrennern auf die E-Autos gehen und wir wissen, die E-Autos brauchen auch noch Kohle für die Stromproduktion. Und das Öl, das Sie jetzt nicht mehr verwenden, fließt anderswohin. Dann stellen wir ja fest, der CO2-Ausstoß wegen des Öls ist unverändert aufgrund der europäischen Maßnahmen. Gleichzeitig wird aber mehr Kohle verbraucht, damit die E-Autos fahren können. Und per saldo steigt der CO2-Ausstoß in der Welt. Das ist ein ziemliches Paradoxon, aber denken Sie mal genau darüber nach. Ich glaube, hier kann man diesem Schluss gar nicht so richtig ausweichen. Es gibt ein weiteres Paradoxon. Entschuldigung, hier stellt ein Telefon, das nicht stellen soll. Es gibt ein weiteres Paradoxon, das ist das grüne Paradoxon, das auch den Titel für mein Buch gegeben hat, das 2008 erstmals herauskam, dann bei MIT Press 2011 und jetzt nochmal neu. Das ist folgender Aspekt. Wie werden denn Öl-Scheichs wohl reagieren, wenn sie erfahren, dass die westliche Welt jetzt ihr Öl nicht mehr haben will, um aus Umweltgründen jetzt E-Autos zu fahren? Also man braucht das nicht mehr. Und der Trend, der ist da, den sehen die alle. Sie sehen, dass Europa, Amerika, andere Teile der Welt, die Chinesen heftig dabei sind und die sich unabhängig machen wollen von dem Öl. Die Konsequenz ist, dass sie sich sagen, na, also wenn uns die Märkte vernichtet werden, dann sollten wir lieber vorher sehen, dass wir unsere Bestände, die noch in der Erde liegen, abbauen und verkaufen. Also das ist ein möglicher Effekt, ein Vorzieheffekt, den auch die Politik hier berücksichtigen muss. Das heißt, je intensiver wir also den Grünen selber rasseln, im Kampf gegen die Öl-Scheichs letztlich, desto mehr werden sie sich beeilen, die Ernte einzubringen, bevor das Unwetter in Form dieser Grünen-Politik dann kommt. Und das kann bedeuten, dass doch über längere Zeiträume, wir reden hier über Jahrzehnte, die Erdölproduktion noch höher sein wird, als sie es sonst gewesen wäre. Wir sehen, auch diese Aspekte muss man bedenken. Wir haben die ganze Umweltpolitik nur immer von der Nachfrageseite gesehen. Wir schränken unsere Nachfrage ein und denken, das war es. Aber die Anbieter müssen zwingend mit ins Bild. Und diese Diskussion, der ist man in Deutschland ausgewichen. Man hat einfach das Angebotsthema hier nicht beleuchten wollen, weil es dann sehr schnell zeigt, dass es so nicht geht. In unserem Diagramm nochmal, was heißt das, wenn jetzt tatsächlich für einige Zeit das Ölangebot steigt, dann verbreitert sich diese Kurve. Und wir haben jetzt einen doppelten Vorteil für die nichtkonformen Länder, die sich selbst nicht anstrengen. Sie kriegen erst mal das Öl, was wir freigeben, weil wir ja grüne Autos fahren, angeblich grüne Autos. Und sie kriegen außerdem noch das Öl, was die Ölscheichs aus Angst vor der Marktvernichtung jetzt zusätzlich aus der Erde holen. Nicht ohne die grüne Politik könnte man sagen, wäre der Angebotspfad doch nicht so ansteigend gewesen, sondern wäre vielleicht verhaltener Verlauf. Also die SUV-Fahrer in den nichtkonformen Ländern, die haben hier wirklich den doppelten Vorteil. Sie kriegen, was wir ihnen schenken und freigeben, und sie kriegen, was die Ölscheichs aus Angst zusätzlich aus der Erde holen. Eine Möglichkeit. Lassen Sie uns das diskutieren nachher. Man kann das so und so sehen, man kann Argumente dagegen bringen. Ich bin gerne bereit, das zu diskutieren. Aber es gibt Hinweise auf dieses Verhalten. Zwei will ich Ihnen nennen. Norwegen. Norwegen hat einen riesigen Sovereign Wealth Fund aufgebaut, der also schon pro Haushalt hier ein erhebliches Vermögen akkumuliert hat für die Bürger. Das haben sie aufgebaut durch den Verkauf ihres Öls. Ja, warum haben denn die lieben Norweger, die sonst immer so artig sind, ihr Öl verkauft? Wussten sie nicht, dass das verbrannt wird und dass sie Schaden anrichten beim Weltklima? Naja, wussten sie schon. Sie haben es halt verkauft, so schnell es noch ging. Und je intensiver die grüne Bewegung auf der Welt wurde, desto schneller haben sie extrahiert und haben lieber das Geld auf die hohe Kante gelegt. Sonst hätten sie es ja lassen können. Wenn sie da hätten denken können, na ja, irgendwann können wir das ja noch verwerten. Wir brauchen keine Angst haben vor der Marktvernichtung. Dann hätten sie es ja auch besser im Boden liegen lassen können, statt einen Sovereign Wealth Fund in der Welt aufzubauen. Das ist also ein klarer Indiz, dass man hier Vorgriffeffekte hat. Und warum baut Deutschland so viel Braunkohle ab? Schauen Sie mal hier diese Statistik an. Das ist der Bestand an Braunkohle, den die verschiedenen Länder haben. Oben die USA, Russland und so weiter. Deutschland kommt hier unter ferner Liefen, im unteren Mittelfeld, unter Indien hier. Wir haben wenig Braunkohle. Aber wie viel Braunkohle wird gefördert? Das ist die Förderung von rechts nach links natürlich eine andere Skala, weil es ja pro Jahr immer nur für ein kleiner Bruchteil der Bestände ist. Und Sie sehen, da ist Deutschland Weltmeister. Deutschland hat zuletzt mehr Braunkohle extrahiert als China. Und mehr als die USA und Russland und so weiter. Obwohl wir so kleine Bestände haben. Warum wohl? Naja, wegen der Grünen. Vattenfall hat sich gesagt, Mensch, die grüne Bewegung lässt sich gar nicht aufhalten. Irgendwann dürfen wir das nicht mehr. Es soll ja auch den Kohleausstieg geben. Und dann geben wir vorher mal ordentlich Gas und holen raus, was immer wir können. Das ist das grüne Paradoxon. Ein kontraproduktiver Effekt. Und wenn Fridays for Future sagt, es geht hier um ein Jahrzehnt und dann kippt da schon was um, dann muss man sich fragen, ob also diese grüne Politik nicht den Kipppunkt uns tatsächlich näher gebracht hat. Ja, diese beiden Werte. Ja, was kann man denn nun überhaupt machen? Ich will also nicht nur pessimistisch enden, sondern konstruktiv enden. Was sind denn die Möglichkeiten, die man wirklich für einen weltweiten Green Deal machen kann? Erstmal glaube ich, dass wir das Thema Atomkraft neu überlegen müssen. Also der Ausstieg in Deutschland ist jetzt gesetzt. Das kann man gar nicht mehr rückgängig machen, weil die Leute schon entlassen sind und das Kattenspaltmaterial überhaupt nicht eingekauft wurde. Also nächstes Jahr ist Schluss. Aber es gibt ja neue Atomkraftwerke, die erforscht werden, wo Deutschland auch durchaus mit an der Spitze werkelt. Am MIT wird geforscht, Thorium-Reaktoren, Dual-Fluid-Reaktoren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bis hin zum Fusionsreaktor, dem Stellarator, der in Greifswald ja gebaut wird. Also auch ein, also jedenfalls ein hoffnungsträchtiges Projekt. Ja, natürlich dauert das alles sehr lange, aber wenn man wenig investiert, und das ist ja ganz wenig, was die Max-Planck-Gesellschaft da kriegt, dann geht es auch nur langsam voran, aber die haben schon beachtliche Erfolge erzielt. Also es gibt Alternativen. Vielleicht sollte man doch noch mal dieses Thema aufgreifen, um strukturell sichere Kraftwerke zu bauen, wenn einem die Alten zu unsicher waren. Aber ich wiederhole, es sind nicht so viele Leute gestorben bei den Atomkraftwerken wie bei den konventionellen, relativ zu erzeugten Energien. Und dann natürlich müssen wir an die Wälder denken, sequestrieren, aufforsten. Also sequestrieren heißt Löcher finden, Kavernen in der Erde, wo wir das CO2 abscheiden, reinstopfen, ist aber letztlich nicht genug da, um all das CO2, was frei wird, durch die Verbrennung der fossilen Stoffe wieder reinzuholen. Denn an dem C klebt ja auch immer noch das Sauerstoffmolekül O2. Und wenn man die verbindet, dann ist das einfach viel mehr Masse. Nicht aus einem Kubikmeter Steinkohle werden knapp fünf Kubikmeter flüssiges CO2, wenn man es verbrannt hat. Selbst wenn man das dann abscheidet, kann man in dem Bergwerk selber nur ein Fünftel wieder unterbringen. Also sequestrieren, ja, ist aber schwierig. Aufforstung, Brasilien und so weiter ist sicher ein großes Thema. Da muss man energisch vorgehen. Man kann auch versuchen, Wälder zu kaufen und sie dann zu schützen. Also Sie können Grundstücke im Amazonas-Gebiet kaufen und wenn Sie das hochrechnen auf den ganzen Amazonas, dann wäre das eine lächerliche Summe von 275 Milliarden Euro. Natürlich, wenn man so viel kauft, steigt auf der Preis, keine Frage. Aber das ist alles im Bereich des Diskutierbaren. Jetzt aber zu den ökonomischen Maßnahmen. Was kann man denn tun, um also die Erdölextraktion zu verlangsamen? Was machen die Ölschleichs? Die Ölschleichs haben Vermögen in der Erde, sie haben Vermögen auf der Erde, in irgendeinem Fonds, in der Schweiz oder sonst wo und sie haben eine Portfolio-Komposition. Wenn man ihnen jetzt den Fonds in der Schweiz und sonst wo unattraktiv macht, indem man weltweit auf ein System der Quellenbesteuerung übergeht, das heißt also, wenn Sie irgendwo Ihr Geld anlegen in der westlichen Welt, da werden Finanzerträge oder Aktienerträge erzielt und man besteuert die weg, dann ist das einfach nicht mehr so attraktiv und dann ist der Anreiz, das Vermögen aus der Erde rauszuholen und in die Finanzanlagen zu stecken, etwas kleiner. Das wäre eine Maßnahme. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall nötig ist, ist ein weltweiter Emissionshandel zur Kontrolle der emittierten Kohlenstoffmengen. Es kann nicht sein, dass ein Teil der Welt hier was macht und die anderen büchsen da aus und nachsauern, indem sie die niedrigen Preise nutzen. Das muss verboten werden und das kann nur verboten werden, wenn alle Länder sich beteiligen unter der Ägide der UNO an einem weltweiten Emissionshandel und die Zahl der Emissionsrechte wird eben gesteuert und wenn einer mehr haben will, kann er sie ja kaufen, treibt er den Weltmarktpreis hoch und andere verkaufen ihn freiwillig. Wie man die Emissionsrechte zuteilt auf Arm und Reich ist noch ein getrenntes Thema. Gerechtigkeitsüberlegungen kann man ja da nach Belieben einfließen lassen, aber die Menge muss gedeckelt sein. Nur so geht es. Nur wie kommt man da hin? Nochmal, 30 haben sich zu Mengenzielen nur bereit erklärt im Pariser Abkommen und 200 haben unterschrieben. Was machen wir mit den anderen 170? Wie bringen wir die dazu? Von alleine machen die das offenbar nicht, denn sonst hätten es ja schon gemacht. Da gibt es eine glorreiche Idee von dem Nobelpreisträger William Nordhaus, der Klimaclub. Er sagt, ja, man muss erst mal eine Zahl von Ländern zusammenbringen, die hinreichend groß sind, dass sie wirtschaftliche Macht verkörpern und die sollen unter sich Freihandel haben, also alle Handelsprivilegien gewähren, so als wäre es ein gemeinsamer Markt, wie die EU intern beispielsweise. Und das ist so attraktiv, dass man gerne dabei ist. Aber um dabei zu sein, muss man auch diesem Klimaclub beitreten. Dann muss man sagen, man ist bereit, einem Emissionshandel sich zu unterwerfen, was also steigende CO2-Preise mit sich bringt. Und die steigenden CO2-Preise rufen zwangsläufig dann Vermeidungsanstrengungen hervor. Und es darf ja nicht mehr ausgestoßen werden, als es der Menge der Zertifikate in diesem Klub entspricht. Da gibt es ja keinen Ausbüchsen mehr. Und wenn dieser Klub hinreichend gut zusammenhält und hinreichend groß ist im Beginn, dann kann man vielleicht die anderen gewinnen. Jetzt sind die Amerikaner schon wieder bereit, mitzumachen. Kerry ist jetzt hier in Europa und will darüber reden. Das ist ein sehr guter Anfang. Vielleicht kommt da was bei raus. Allerdings ist Europa und Amerika noch ein bisschen wenig, sondern wir brauchen tatsächlich die Chinesen dabei und dann auch andere Teile der Welt, insbesondere die Inder. Wenn wir die Chinesen auch noch dabei hätten, dann wäre es schon ein ganz stabiler Klimaclub. Ob der Westen, Amerika, Europa alleine das schon schafft, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist diese Grundidee von dem Nordhaus ganz richtig. Denn man braucht ja ein Prozedere, um alle Länder mitmachen zu lassen. Denn ich wiederhole, unilaterale Maßnahmen bringen eben aus den genannten Gründen herzlich wenig bis nichts. Das geht nur, wenn man sich gemeinsam verpflichtet. Und da ist der Emissionshandel der richtige Weg. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Fragen. Ja, lieber Herr Sinn, vielen Dank für diesen sehr umfassenden Vortrag. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F&A Fragen zu stellen. Es sind auch schon viele eingegangen. Wir werden natürlich nicht alle stellen können an Herrn Professor Sinn, aber ich denke, ein Großteil oder einige zumindest. Und danach werden wir auch wieder den Chat freischalten. Da können Sie dann Ihr Feedback bzw. auch Ihren Dank eintragen. Wir trennen das ein bisschen. Also F&A sozusagen jetzt nur für Fragen. Genau. Herr Sinn, eine Frage. Wieso wird Afrika nicht in die Produktion der EEG stärker mit eingebunden? Sie meinen in den Emissionshandel oder in die gemeinsamen Vereinbarungen? Ja, soweit die Afrikaner bei uns am Tropf hängen. Aber das ist eben noch nicht hinreichend der Fall. Sie müssen ja freiwillig mitmachen. Vielleicht kann man ein bisschen Druck gegenüber den französischen besprechenden Ländern im Nordwesten ausüben. Aber bis auf Marokko wohnen da nicht so fürchterlich viele Menschen. Nigeria müsste mitmachen. Aber Nigeria will gar nicht mitmachen, weil die ja das Öl haben selber. Die schneiden sich ja in Einnahmequelle ab. Das zeigt eben, wie schwierig das ist. Ja, wir haben einige Fragen. Also die These sozusagen, dass wir derzeit in einer paradoxen Situation sind, in der mehr Kohle gefördert wird, als vielleicht unbedingt nötig wäre, hat doch einige Fragen ausgelöst. Unter anderem die Frage, warum man dann nicht sofort den Kohleausstieg, also noch schneller vorantreibt und dort auch mit gutem Beispiel vorangeht. Die Frage haben wir in mehreren Fällen sozusagen, dass schon die Technologieführerschaft Deutschlands in vielen Bereichen doch auch bei der CO2-Reduktion ein gutes Beispiel sein könnten, das eben andere Länder dann doch dazu bewegt, sich entsprechend ähnlich zu verhalten. Ja, der Kohleausstieg ist ja beschlossen. Und im Gegensatz zum Atomausstieg hilft das tatsächlich dem Klima. Man muss auch nicht befürchten, dass die Kohle, die wir nicht extrahieren, dann anderswo hin geliefert wird. Und ja, vielleicht zum Teil innerhalb Europas. Also man hört ja schon, dass deutsche Braunkohle nach Tschechien geliefert wird, um dort verfeuert zu werden. Also gut, unilateral deutsch geht es schon mal gar nicht, auch aus dem Grunde, dass eben auch Braunkohle handelbar ist. Aber innerhalb Europas, wenn die EU sich der Sache annehme, ginge es schon, nicht? Und dann würden die Energiepreise auch von daher steigen und man würde nach Ersatzlösungen suchen. Aber nochmal, das ist natürlich auch ein Thema der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, weil dann erhöht man die Energiepreise und andere Länder, die ihre eigene Kohle haben, haben weiterhin niedrige Energiepreise und es verlagert sich dann die Produktion in diese anderen Länder. Also es ist auch aus dem Grunde, selbst wenn die Kohle nicht über die Weltmärkte ausgetauscht werden kann zwischen den Ländern, weil sie hohe Transportkosten hat, schon sinnvoll, auch die anderen Konkurrenten mit im Boot zu haben. Sonst lachen die sich auch da ins Fäustchen. Also unilateral geht das alles nur schwierig. Vielleicht darf ich da gleich noch eine Frage anschließen, weil genau dieser limitierende Faktor sozusagen, den es ja durchaus gibt, der alle Länder im gleichen Maße betrifft, beispielsweise wenn es zu warm wird und die Kühltürme der Atomkraftwerke eben nicht mehr ausreichend Wasser haben, entsprechend abgeschaltet werden müssen, wie es in Frankreich passiert ist. Diese limitierenden Faktoren gelten ja auch nicht nur jetzt für Deutschland oder Europa, sondern für alle anderen Länder auch. Insofern ist natürlich die Frage, dass auch zwar theoretisch denkbar, diese anderen Länder günstiger produzieren können und dann entsprechend auch sich die Nachfrage verlagert, hat auch diesen limitierenden Faktor. Wenn es eben nicht geht, weil die Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen, dann können auch günstigere Produktionen eben nicht liefern. Ja, ja, wenn dann. Das ist schon richtig. Nur die Wenn-Komponente ist falsch. Sie sehen ja, was passiert ist nach Fukushima. Die anderen bauen ja weiter ihre Atomkraftwerke und steigen nicht aus. Nur Deutschland steigt aus. Das ist im Moment Wunschdenken, dass die anderen das auch tun. Wie sehen Sie denn die neuen Atomeiler? Also ich meine, die Atomkraftwerke, die heute in Planung sind, sind ja auch nicht mehr die aus den 80ern, was auch die Verwertung sozusagen des Atommülls angeht. Können Sie da vielleicht einen Satz zu sagen? Ja, also die Salzwasserreaktoren und Dual-Fluid-Reaktoren, für die es Patent gibt und über die geforscht wird, die sind im Prinzip in der Lage, die abgebrannten Brennstoffe noch mal zu verwerten und die Reststrahlung so zu reduzieren, dass das nach 300 Jahren auf dem Niveau der natürlichen Erdstrahlung angekommen ist. Also ich meine, vielleicht mal an der Stelle noch eine Bemerkung. Viele sehen das so als Versuch, das Höllenfeuer zu entfachen und der Natur ins Handwerk zu pfuschen und etwas zu machen, was es in der Natur nicht gibt. Also so ist es ja nun auch wieder nicht. Wenn ich eine Erdbohrung habe, um Erdwärme zu holen für meine Hausheizung, dann ist es zur Hälfte Atomstrom. Das sind radioaktive Zerfallsprozesse in der Erde, die die Hälfte der Erdwärme erzeugen. Strahlung umgibt uns permanent. Wenn ich das Pech habe, im Schwarzwald zu wohnen, dann habe ich ein hohes Maß an Strahlung. Wenn ich vom Schwarzwald an den Zaun eines Atomkraftwerks, an der Unterweser ziehe, dann habe ich meine Strahlenbelastung auf einen Bruchteil reduziert. Also ja, Strahlung ist gefährlich. Sie ist aber nicht so ein 0-1-Problem. Das eine ist die Hölle und das andere ist die Natur. Also so ist es noch nicht. Wir müssen die Strahlung natürlich reduzieren und müssen Wege finden, mehr Energie durch die Reaktoren rauszuholen aus diesen Brennstoffen, sodass da weniger Reststrahlung verbleibt. Und da gibt es Möglichkeiten. Bill Gates hat ja gerade erklärt, dass er seine Stiftung jetzt im großen Stil in die Erforschung dieser neuen Kraftwerkstypen da investieren lässt. Können Sie vielleicht noch mal einen Satz sagen, weil das öfters hier auch im Chat jetzt nachgefragt wird, wie denn der CO2-Ausstoß Deutschlands im Vergleich zur EU ist, beziehungsweise auch die EU im weltweiten Vergleich. Also stößt Deutschland aufgrund auch der Industrie einfach auch deutlich mehr CO2 aus? Können Sie da vielleicht... Ja, sicher. Bei uns, wir haben nicht so viel Sonne wie die Spanier und die Italiener. Wir müssen auch mehr heizen, nicht? Und wir heizen mit fossilen Brennstoffen und das führt alles zu CO2-Ausstoß. Wer gesegnet ist und wohnt im Süden, der braucht nur das Fenster aufzumachen und schon ist es warm. Da liegt Deutschland schon hoch und wir müssen auch runter, wir sollten auch runter. Das ist gar keine Frage. Aber es sollten die anderen auch tun. Und man muss ja auch fragen, mit wem wird der CO2-Ausstoß ja eigentlich angerechnet, wenn man jetzt Öl verfeuert für sein Haus. Den Norwegern, die das aus der Erde geholt haben oder den Deutschen, die es verfeuert. Wird es der deutschen Industrie, die damit Industrieprodukte herstellen, angerechnet? Oder wird es den Verbrauchern der deutschen Waren irgendwo in der Welt angerechnet? Also es ist so ein bisschen unklar. Wer ist jetzt wirklich verantwortlich dafür, dass die Industrieländer mehr CO2-Ausstoß haben? Das liegt ja nur in der Natur der Sache. Das kann man ja im Prinzip nicht verhindern. Also da gleiche CO2-Ausstoß für alle Länder zu fordern, unabhängig davon, wie viel Industrie sie haben, scheint mir jetzt nicht sonderlich überzeugend zu sein. Also man muss da eine Übereinkunft treffen zwischen den Ländern. Unilateral eben nicht. Ja, machen wir einen kleinen Thema im Wechsel. Sind unsere Stromsparmaßnahmen somit sinnlos, wenn das Öl dann von anderen Ländern verbraucht wird? Sollen wir den Kopf in den Sand stecken oder macht Umweltschutz als Privatperson oder Einzelstaat doch Sinn, lieber Herr Sitten? Als Privatperson macht es überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls nicht, wenn es um handelbare Brennstoffe geht, weil die anderswo sind. Das ist völlig witzlos. Da ist es einfach sinnvoll, sich nach den Preisen zu richten und das ungeachtet der Umweltrichtige zu tun. Es geht leider nur so. Moralisches Verhalten führt nicht immer zum Ziel. Das ist nicht wie beim Papierkorb. Es ist nicht so, dass das Öl, das ich jetzt, dadurch, dass ich ein E-Auto habe, nicht mehr hier verbrenne, dass das CO2 dann der Luft erspart bleibt. Das ist einfach nicht wahr. Sondern dieses Öl wird anderswo dann verbraucht und verbrannt. So gesehen hilft das also nicht. Man muss Systeme finden, die die Menschen zu richtigem Verhalten veranlassen. Und das ist nochmal ein weltweiter Emissionshandel oder zunächst in einem Klimaclub von der Art, wie Nordhaus das empfohlen hat. Dann bildet sich ja ein hoher Knappheitspreis für die Emissionszertifikate. Und dann strengen sich die Leute schon an, diese teure Energie zu vermeiden. Da muss keiner moralisch unterwegs sein. Kann man ganz weglassen. Sondern das ist alles eine Sache der Steuerung auf höherer Ebene. Ich sage nicht, man soll sich unmoralisch verhalten. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es muss eine Instrumentendebatte gehen. Es muss die Frage gestellt werden, ob das, was man tut, denn auch wirkt. Denn wenn es nicht wirkt, braucht man es auch nicht zu tun. Können Zölle ein Mittel sein, ein ökonomisches Mittel sein, um auch Wettbewerbsvorteile der Länder, die günstige Energie nutzen, zu reduzieren? Ja, eindeutig. Also wenn der Klimaclub da ist, dann wäre das also ganz wichtig, dass man die Importe aus nichtkonformen Ländern, die da also fleißig CO2 emittieren, dass man diesen CO2-Ausstoß zumindest dann erfasst durch eine Steuer, wenn die Waren hereinkommen. Das sind Zölle. Steuern auf importierte Waren nennt man Zölle. Das ist richtig. Ist aber schwierig, weil natürlich, wenn wir das jetzt als Europäer zum Beispiel hier machen, das ist ja in der Debatte, die Franzosen wollen das unbedingt. Dann sagen die anderen ja, wie ihr das berechnet mit dem CO2-Ausstoß unserer Waren, das ist ganz falsch und ihr wollt euch nur protektionistisch Vorteile für eure Industrien verschaffen, zulasten von unseren. Die Gefahr ist, dass es dann einen Handelskrieg gibt. Das kann man nicht als kleine Region machen. Auch die EU ist eine kleine Region, sondern da gehört schon mehr dazu, eben dieser Klimaclub von vielen Ländern auf der Welt. Ja, wir haben einige Fragen rund um das Thema grüne Technologien. Jetzt auch in ihren Lösungsansätzen sozusagen ist die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass gerade auf dem Vektor der alternativen Energien doch in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht worden sind. Wir haben diverse Stellungnahmen. Studium, das spare ich uns jetzt alles sozusagen zum Thema Speicherungskapazitäten von Batterien, aber auch zur Frage der Möglichkeit der zentralen Energieversorgung. Warum denken Sie, dass in den zukünftigen Szenarien diese Entwicklungspotenziale keine oder eine geringe Rolle spielen? Nein, die spielen eine riesige Rolle. Ich bin ja sehr dafür. Es wäre ein völliges Missverständnis, wenn ich sagen würde, grüne Technologien helfen nicht. Ganz im Gegenteil. Aber sie müssen sich endogen ergeben durch solche weltumspannenden Handelssysteme, durch einen CO2-Preis. Wenn ich das unilateral mache und erzwinge, dann muss ich halt wissen, dass diese Alternativen auf jeden Fall mal teurer sind. Weil wenn sie nicht teurer wären, sondern billiger, dann hätten sie die Firmen und die Haushalte sie ja schon von alleine ergriffen, ohne dass es da einer politischen Maßnahme bedarf. Also grüne Substitutionsprozesse sind nicht per se wachstumsverwand. Also das halte ich für nicht überzeugend. Wenn da gesagt wird, jetzt gehen wir in die grüne Technik und wir sind die Ersten, die das dann können und dann kauft die ganze Welt bei uns. Das sind also für mich Handelsklasse 3C-Argumente, weil wir machen unsere Energie, das Lebenselixier unserer Wirtschaft ist zunächst einmal teuer und dann gibt es die Ausweichprozesse, die das Schlimmste verhüten, aber sie machen es immer noch nicht besser. Also das hat ja auch nicht funktioniert. Denken Sie mal an die Solarpanelen. Die hat man ja mit dem EEG hier massiv gefördert in Deutschland. Und was ist passiert? Die deutschen Firmen sind pleite gegangen und in Wahrheit werden die chinesischen Firmen, die diese Sachen liefern, gefördert. Jetzt sagen also die Protagonisten dieses Weges, seht ihr, sonst gäbe es die chinesische Industrie nicht. Also das sind für mich Argumente der Handelsklasse 3C, wenn überhaupt. Man muss auf die primären, die harten Effekte schauen. Wir wollen CO2-Ausstoß in der Welt reduzieren und das geht nur gemeinsam. Also Sie würden auch sagen, dass zum Beispiel jetzt die Wind und, Sie hatten es gerade schon angedeutet, aber auch nochmal eine Nachfrage, die Windindustrie, die Windproduktion in Deutschland, die ganze Windbranche sozusagen, die Industrie, dass die eigentlich gar nicht so stark ist, dass andere Länder bei uns einkaufen und wir damit auch die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Also wenn wir in diesem Bereich weiter forschen. Oder würden Sie sagen, dass wir da schon stark sind auch? Ja, doch, Wind hat etwas besser funktioniert. Nur, was ist das für eine Zukunftstechnologie? Also ich meine, bei aller Liebe, also den Elektromotor hat Werner von Siemens im 19. Jahrhundert erfunden. Das ist eine Fortschreibung einer sehr, sehr alten Technik. Ja, kann ich mir innovativere Dinge vorstellen als nun gerade das, nicht? Es ist ein gewisser Markt, aber dass dieser erzwungene Markt, durch Verzicht erzwungene Markt so viel Wohlstand schaffen kann, dass er den Verzicht kompensiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist immer so, wenn ich die Preise für bestimmte Produktionsfaktoren erhöhe, dann weichen die Firmen aus auf was anderes. Wenn ich den Preis für fossile Energie erhöhe, dann weicht man aus auf Windenergie und so weiter. Das Ausweichen reduziert den Wohlfahrtsnachteil für die Gesellschaft, aber schafft nicht netto einen Vorteil. Natürlich für die Firmen, das ist ja trivial, die da ihr Geschäft machen. Die profitieren ja, aber viele andere verlieren eben. Wenn wir nicht aufpassen, geht bei der Strategie, die wir hier angedacht haben, die deutsche Automobilindustrie zu Boden. Es sieht schon fast so aus. Also seit dem Sommer 2018, schon vor Corona, ging die Industrieproduktion deutlich zurück. Und das war das Ergebnis der, weil es über den Fahrzeugbau lief insbesondere, der CO2-Verordnung der EU, die den deutschen Herstellern enorme Schwierigkeiten gemacht hat, weil andere das irgendwie besser können oder wenigstens genauso gut aufgestellt sind. Die Franzosen hatten schon eine ganze Palette von E-Autos, als sie über die CO2-Verordnung die Deutschen gezwungen haben, da jetzt auch diese E-Autos zu bauen. Dann hieß es, stellt euch mal hinten an. Dann fängt der Wettbewerb wieder von vorne an. Also man erzähle mir auch nicht, dass diese ganzen Entscheidungen, die da auf EU-Ebene getroffen werden, dass das Entscheidungen sind wegen des Umweltthemas an sich. Das sind häufig industriepolitische Interessen, wo das nur vorgeschoben ist. Ich darf verweisen auf Martin Schulz, der das in einer Fernsehsendung bei Lanz in aller Deutlichkeit gesagt hat, der ja nun Insider des EU-Prozesses ist, wie stark der Einfluss der Lobbys bei der Entscheidungsfindung der EU ist. Nach außen hin werden dann große Ziele proklamiert. Und im Inneren geht es doch knallhart zur Sache, wer hier das Geschäft machen kann. Das haben wir im Thema Impfstoff ja auch gesehen. Du musst ja ewig lange auf warten mit den Bestellungen, weil man hoffte, dass Sanofi noch vorankam. Hören Sie nur Herrn Schulz an. Also das ist ja nicht irgendwer, der diesen Verdacht eindeutig geäußert hat. Und viele haben ihn auch gelegt. Da gibt es verschiedene Spiegelartikel dazu. Wir haben auch einen Zuschauer aus Würsel. Vielleicht ist es Herr Schulz. Ja. Herr Sinn, eine Frage. Kernallergie ist natürlich nicht gefährlicher als vieles andere, sagt ein Zuschauer, eine Zuschauerin. Im Falle eines GAU sind die Folgen allerdings deutlich gravierender. Nicht zu vergessen die Entsorgung der Altanlagen und alten Brennelementen. Im Vergleich werden BV und Windkraft als übermäßig subventioniert gebrannt. Sind die Subventionszahlungen schon einmal mit den bereits gezahlten und künftig noch zu zahlenden Subventionen für Kohle und Atom gegenübergestellt worden? Wenn ja, wie sehen die Relationen aus? Dabei bitte die Folgekosten für Kohle und Atom mit berücksichtigen. Also Ewigkeitskosten. Ja, ich habe die Rechnung noch nicht gemacht. Das ist ja sicherlich nicht trivial. Aber noch einmal, die Gefährlichkeit des Atomstroms, die ist empirisch nicht wahr. Die Kohle ist dramatisch viel gefährlicher. Nur, dass die Gefahr diffus auf der Welt verteilt durch den Lungenkrebs auftritt und auch bei den Minenarbeitern auftritt. Ja, aber wenn Sie noch einmal die Zahl der Todesfälle rechnen, relativ zu erzeugten Energie, dann liegt tatsächlich die Atomkraft bei der Sicherheit absolut vorne. Das ist nun mal so. Trotz Tschernobyl, da sind ja eine ganze Reihe von Leuten gestorben. Aber wenn Sie 100.000 Tote bei der Kohle jedes Jahr haben und dann haben Sie einmal Tschernobyl in einer langen Periode, wo wirklich eine größere Zahl von Leuten gestorben ist, das ist ein Bruchteil von diesen 100.000. Man sagt 4.000, andere sagen es sind mehr, andere sagen es sind weniger. Ich weiß es nicht. Das ist eben zu bedenken. Die Behauptung, dass die Kernkraft so enorm gefährlich sei, ist zu relativieren. Ich habe Ihnen das richtig gegeben. Allerdings, wenn ich da nachfragen darf, allerdings natürlich schon für die Leute, die in der direkten Umgebung leben, ist es natürlich schon gefährlicher, wenn sie bei einem Atomkraftwerk sind. Und da ist meine Nachfrage, wie ist das denn in anderen Ländern? Gibt es da einen starken Protest, zum Beispiel in China, wenn Atomkraftwerke gebaut werden? Oder jetzt nicht nur China, sondern auch in anderen Ländern. Wie steht da die Bevölkerung zu? Oder ist das eher so ein deutsches Phänomen, dass die Ablehnung doch eigentlich in den breiten Bevölkerungskreisen zu konstatieren ist? Ja, so stark wie in Deutschland ist der Widerstand nirgends. In China ja sowieso nicht. Da wird das ja gar nicht organisiert. Die können sich ja gar nicht offen äußern. Aber ach, die Atomkraftbewegung, die habe ich ja nun selbst als junger Mensch mitgemacht. Die Ostermärsche, ich weiß, wie sie entstanden ist. Es ging damals um die Wiederbewaffnung mit Atomkraft. Und der Verdacht war, wenn wir Atomkraftwerke haben, dann kann man damit auch Plutonium für die Waffenherstellung erzeugen. Und deswegen bin auch ich auf die Straße gegangen damals als junger Mensch. Das sind die Ursprünge. Das sind auch die Ursprünge der Grünen. Aus der Anti-Atomkraftbewegung ist die Grüne Bewegung entstanden. Und dann war das Thema Klima und CO2 überhaupt noch nicht da in den Anfängen. Und dann kam das plötzlich. Dann mussten die Grünen auch dieses Thema aufnehmen. Und dann hatten sie sich aber schon auf den Atomausstieg hier kapriziert. Und dann kamen sie gedanklich in Schwierigkeiten. Das hat Joschka Fischer ja offen auch mal ausgesprochen. Ich habe ihn zitiert. Ja, vielleicht doch auch die Frage nach einem Lösungsansatz. Wie könnte denn ein Anreizsystem ausschauen, jenseits von Zertifikatshandel gerade in den Entwicklungsländern dafür zu sorgen, dass vielleicht bestimmte Dinge wie Kohleabbau zum Beispiel weniger stark gefördert werden und dafür mehr auf alternative Energien gesetzt wird? Warum denn jenseits des Zertifikatehandels? Es geht nur über den Zertifikatehandel, das zu machen. Das ist das richtige Anreizsystem. Der gemeinsame CO2-Preis auf der Welt koordiniert die Vermeidungsanstrengungen aller Länder. Und Gerechtigkeitserregungen, dass man jetzt sagt, die Entwicklungsländer haben ja gar nicht das Geld, die Zertifikate zu kaufen. Die sind ja richtig. Nur das ist kein Problem, gerade bei dem Zertifikate-Modell. Dann schenkt man ihnen eben Emissionsrechte. Dann kriegen sie ein paar mehr. Und die Entwicklungsländer verzichten darauf. Also man kann jedes beliebige Verteilungsziel durch die Erstausstattung an Zertifikaten erfüllen. Und trotzdem führt dann der weltweite Handel zu einer effizienten Reduktion des CO2-Ausstoßes. Da können auch dann die Entwicklungsländer teilhaben. Und statt die Kohle zu fördern, verkaufen sie dann lieber ihre Zertifikate an die Welt. Herr Sinn, vielleicht als Abschlussfrage. Wie bewerten Sie denn die Wasserstofftechnologie? Ist das vielleicht die Energie der Zukunft? Könnte das die Technik sein? Ja, das sagte ich ja schon kurz in meinem Vortrag. Wenn ich überschießende Stromspitzen habe und ich kriege immer einen immer größeren Prozentsatz der überschießenden Spitzen, je größer der Marktanteil von Wind und Sonne wird, dann muss ich die ja irgendwie verwerten. Oder ich verwerte sie halt nicht, dann ist die Sache halt sehr ineffizient. Und da bietet sich die Wasserstoffproduktion an. Denn Wasserstoff kann ich nach Belieben lagern. Ich kann die Lagerkapazität, die Speicherkapazität nicht über Batterien hinkriegen. Ich habe ja Akatec und Leopoldina vorhin zitiert mit diesem verheerenden Zitat bezüglich der Batterien als saisonaler Speicher. Da gar nicht dran zu denken. Auch Pumpspeichersysteme, habe ich ja selbst ausführlich hier drüber berichtet, funktionieren eigentlich nicht, schaffen es nicht, aber der Wasserstoff schafft es. Nur, man muss einfach sehen, es gibt ja zwei Typen von Energie. Ich bin kein Physiker, aber so viel weiß ich. Es gibt also sozusagen die Kategorie elektrische und Bewegungsenergie. Das ist die teure, schöne Energie. Und dann gibt es die andere Kategorie, das ist Chemie und Wärme. Und innerhalb dieser Kategorien kann ich leicht umwandeln. Ich kann also aus chemisch gespeicherter Energie zu hohem Wirkungsgrad Wärme machen. Und ich kann aus Elektrizität Bewegung machen und umgekehrt ohne große Wirkungsverluste. Nur wenn ich von der einen zur anderen will, ist es schwierig. Und wenn ich jetzt von Strom über Wasserstoff gehe und wieder zurück zum Strom, dann springe ich praktisch über die Entropiegrenze hinaus von der einen Kategorie in die andere. Und wenn ich zurück will, habe ich enorme Wirkungsgradverluste. Und das erklärt, weshalb von Strom über Wasserstoff hin zum Strom, damit das Auto sich bewegen kann, letztlich nur ein Wirkungsgrad von 13 Prozent übrig bleibt. Das heißt also 87 Prozent der Energie geht verloren. Das ist das Problem. Aber es ist besser, den Weg zu gehen, als die überschießenden Stromspitzen, die wir zunehmend kriegen und die damit verbundenen negativen Strompreise, die wir zunehmend kriegen, hinzunehmen. Man muss diese Spitzen verwerten und die einzig sinnvolle Verwertung ist der Wasserstoff. Insofern ist der Wasserstoff eine sinnvolle Ergänzung des Wind- und Solarstroms. In diesem Sinne, ich danke Ihnen, Herr Sinn, für den heutigen Abend und darf übergeben an dich, lieber Klaus. Vielen Dank auch von meiner Seite, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz besonders Ihnen, Herr Sinn, möchte ich danken. Mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu danken und ganz besonders Ihnen, Herr Sinn. Bis zum nächsten Mal.